damit sage ich mein hallo meine lieben herzlich willkommen zu ein neues video von mir ich werde heute mal mein pc setup akala pfettig wissen aufbauen mit euch mir fällt nichts richtig mit youtube ein es kommt auch demnächst ein bisschen was darum fällt mir kurz als info nicht wundert wenn man manchmal die lüfter ich habe heute mal heißen tag gehabt und ja viel spaß noch so kurze störung noch mal warum ich jetzt so eine art kurz gemacht habe ist einfach grob und ehrlich ich habe einfach nicht so viele videos auf lager und dann sieht ja auch mal wie man zettel ist auch wenn jetzt die leute kommen und sagen oh mein gott die scheiße ist es zwei euro bei die cloud oder irgendwie man braucht nicht immer alles beste man braucht einfach man muss aber glücklich sein wenn es glücklich wenn ich glücklich bin dann reicht es mir auch also gebe ich euch tipp geht nicht 10.000 sachen aus so was es reicht auch zwei monitor ein mittel guten pc und mikrofon blablabla dabei wird jetzt gleich werde ich ein bisschen info zu meinem monitor für herz oder laptop info und mikrofon so mal ein demol chaos mal abonni ja mal abonni mal abonni Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.